Vielen Dank, wir setzen fort und wollen noch einmal beten. Herr, nun bitten wir dich noch einmal um Kraft und Konzentration für den zweiten Teil, indem wir dein Wort studieren. Wir danken dir, dass du Worte des Lebens hast in dieser Welt, die uns stark herausfordert, aber dass wir wissen dürfen, du bist der Sieger. Amen. Psalm 90, wir setzen fort. Jetzt haben wir auch wieder ein Bild, zweiter Teil und ich darf Sie herzlich dazu ermutigen, diese Gliederung mitzuverfolgen, weil Sie dort sehr gut Ihre Anmerkungen auch eintragen können. Vorab noch der Hinweis, dass für morgen Nachmittag keinerlei Anmeldungen mehr erfolgen müssen. Es ging ja darum, dass wir das einigermaßen gut aufteilen, dass alle morgen einen Platz im Gottesdienst bekommen. Und sollte jemand sich für Vormittag nicht angemeldet haben, der ist ja eigentlich schon dicht, aber keine, wir haben gerade noch einmal darüber gesprochen, aber keine andere Chance sehen zu kommen. Also bevor er dann ohne Gottesdienst gewissermaßen wieder abreißt, soll er lieber unangemeldet in den Vormittagsgottesdienst kommen. Irgendwie kriegen wir Sie dann auch noch unter. Das wäre schade, wenn man nur, wenn man nicht angemeldet ist, dann keinen Gottesdienst mitbekommt. Wir sind schon dankbar, wenn wir alles gut geordnet und organisiert kriegen, einfach weil unsere räumlichen Kapazitäten begrenzt sind. Aber es sollte nicht so sein, dass jemand, weil er nicht angemeldet ist und keine Chance hat, Nachmittag da zu sein, dann ganz ohne wegfahren muss. Gut, wir kommen zum zweiten Teil. Psalm 90, Gezeiten des Lebens im Schatten des Todes. In Psalm 73 war das ja ein tragendes Argument, nämlich diesen schicksalhaften Gegensatz zwischen den Gläubigen und den Gottlosen daran festzumachen, die Überlegenheit der Gläubigen über den Gottlosen daran aufzuzeigen, auf das Ende kommt es an. Und der Blick auf das Ende, auf das Ziel, auf den Ertrag unserer Wege ist ja sehr deutlich geworden. Also während Gottesleute in Freude triumphieren am Ende von Psalm 73, werden die Gegner Gottes zunichte werden, werden sie ein schreckliches Ende haben. Vers 19, sie gehen unter und nehmen ein schreckliches Ende. Vers 27 sagt es auch nochmal, sie werden umkommen, sie werden vertilgt werden. Für sie wird das Sterben schreckliche Konsequenzen haben. Aber so die Gegenfrage, auch Gottesleute müssen ja noch sterben in dieser Welt. Auch sie haben ja noch Angst vor dem Tod und stehen dem Tod als letztem Feind gegenüber, wie Paulus schreibt, 1. Korinther 15, 26. Auch wir müssen die Gezeiten des Lebens ja noch im Schatten des Todes bewältigen. Und ich habe diesen Begriff Gezeiten ganz bewusst gewählt, weil das ja den Rhythmus von Ebbe und Flut beschreibt. Den Rhythmus von Ebbe und Flut. Nur mal in Klammern, jemand hat sich beschwert, dass ich zu laut sprechen würde. Und ich bitte einfach, da die Technik, um das jeweils so dann einzuschalten, dass die einen nicht einschlafen und die anderen nicht von der Bank fallen. Also irgendwie bin ich auch hier ganz in den Händen der Technik. Und danke, dass ihr da oben darauf achtet, dass keiner einschläft und dass keiner sein Trommelfell dann auswechseln lassen muss, wenn er wieder nach Hause kommt. Also Gezeiten, ich habe diesen Begriff ganz bewusst gewählt, da er ja den Rhythmus von Ebbe und von Flut beschreibt. Also die Tiden, bei Ebbe sinken die Wassermassen, bei Flut steigen sie. Und dieser Begriff der Gezeiten ist eine Metapher für die Unruhe, für die Unbeständigkeit, für das Auf und Ab unseres Lebens, dessen Rhythmus wir ausgeliefert sind. Und die einzige Gewissheit ist der Tod. Und die Frage jetzt, wie können wir damit fertig werden? Und woran können wir uns da halten? Und wie sollen wir damit umgehen? Und dazu hat uns nun Gottes Wort diesen 90. Psalm geschenkt, aus dem vierten Buch der Psalmen, in dem es um Sünde und Vergänglichkeit geht, so wie im vierten Buch Mose. Und in diesem 90. Psalm finden sich die Worte, die ich schon bei Hunderten von Beerdigungen auf dem Friedhof zitiert habe, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf das wir klug werden. Wir wollen diese Verse lesen. Herr, du bist unsere Zuflucht für und für, ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der, du die Menschen lässt sterben und sprichst, kommt wieder, Menschenkinder. Denn tausend Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Du lässt es sie dahin fahren wie einen Strom. Sie sind wie ein Schlaf, wie ein Gras, das am Morgen noch sprosst, das am Morgen blüht und sprosst und es abends welkt und verdorrt. Das macht dein Zorn, dass wir so vergehen, und dein Grimm, dass wir so plötzlich dahin müssen. Denn unsere Missetaten stellst du vor dich, unsere unerkannte Sünde ins Licht vor deinem Angesicht. Darum fahren alle unsere Tage dahin, durch deinen Zorn. Wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz. Man könnte auch übersetzen wie einen Seufzer. Unser Leben wäre 70 Jahre, und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe, denn es fähret schnell dahin, als flögen wir davon. Wer glaubt es aber, dass du so sehr zürnest? Und wer fürchtet sich vor dir in deinem Grimm? Lehre uns zählen unsere Tage, auf das wir klug werden. Herr, kehre dich doch endlich wieder zu uns und sei deinen Knechten gnädig. Fülle uns früher mit deiner Gnade. So wollen wir rühmen und fröhlich sein unser Leben lang. Erfreue uns nun wieder, nachdem du uns so lange plagtest, nachdem wir so lange Unglück leiden. Zeige deinen Knechten deine Werke und deine Herrlichkeit ihren Kindern. Und der Herr, unser Gott, sei uns freundlich. Und fördere das Werk unserer Hände bei uns. Ja, das Werk unserer Hände wollest du fördern. Ein Gebet des Mose, des Mannes Gottes, steht drüber. Das überrascht uns. Es ist der einzige Psalm von Mose. Und viele Ausleger vermuten, dass Mose diesen Psalm im Zusammenhang mit seinem nahenden Lebensende geschrieben hat. Und das hieße, dieser Psalm ist entstanden im Rückblick auf 40 Jahre Wüstenwanderung. In der Zwischenzeit sind viele gestorben. Auch Mose selbst wird ja den Einzug ins gelobte Land nicht mehr miterleben. Dietrich Bonhoeffer hat in einem Gedicht diese Abschiedssituation des Mose nachempfunden. Gewissermaßen in diesem Psalm auch nachempfunden. Und zwar im September 1944. Und das ist wichtig. Das heißt, als das Attentat gegen Hitler bereits gescheitert war am 20. Juli und Bonhoeffer selber damit rechnen musste, keine lange Wegstrecke mehr vor sich zu haben. Und Bonhoeffers persönliche Verse nehmen uns eben in Moses Abschiedssituation auch mit hinein. Und ich möchte einige Verse daraus vorlesen. Auf dem Gipfel des Gebirges steht Mose, der Mann Gottes und Prophet. Seine Augen schauen unverwandt in das heilige, gelobte Land. So erfüllst du, Herr, was du versprochen. Niemals hast du mir dein Wort gebrochen. Deine Gnade rettet und erlöst und dein Zürnen züchtigt und verstößt. Wunderbar hast du an mir gehandelt, Bitterkeit in Süße mir verwandelt. Lässt mich durch den Todesschleier sehen, dies mein Volk zu höchster Feier gehen. Sinkend, Gott, in deine Ewigkeiten seh mein Volk ich in die Freiheit schreiten. Der die Sünde straft und gern vergibt. Gott, ich habe dieses Volk geliebt. Dass ich seine Schmach und Lasten trug und sein Heil geschaut, das ist genug. Halte, fasse mich, mir sinkt der Stab. Treuer Gott, bereite mir mein Grab. Das Gebet des Mose. Und das ist etwa die Situation, in der dieser Psalm entstand. Mose, hier wird extra gesagt, Mann Gottes. Das unterstreicht also nochmal seine Autorität der nun folgenden Aussagen auch. Das ist keine persönlich subjektive Hoffnungsperspektive, sondern das ist hier ewig gültige Verheißung Gottes, was wir vor uns haben. Hier redet Mose mit dem Herrn über seine und unsere Situation angesichts des Todes. Und was Mose hier sagt, ist eine Reaktion auf die vielen Offenbarungen, die Gott ihm schon geschenkt hat und die jahrzehntelangen Erfahrungen, die er mit seinem Schöpfer machen durfte. Und wieder geht es los mit einem klaren Statement am Anfang, der ewige Fels. Herr, du bist unsere Zuflucht für und für, ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also alles Nachdenken über Gezeiten, über Unruhe, über Vergänglichkeit verankert Mose in der Ewigkeit, bevor er sich dann diesen zeitlichen Aspekten zuwendet. Das heißt, dieses bedrohliche Thema kann man nicht theoretisch verhandeln, sondern nur in einem sicheren persönlichen Schutzraum. Und darum sucht Mose zuallererst Gottes Nähe. Von Anfang an also ein Gebet, nicht erst ab Vers 17, wie bei Asaph im Psalm 73. Von Anfang an ein Gebet und Benedikt Peters übersetzt sehr gut, du bist unsere Zuflucht, wörtlich, du bist unsere Wohnung. Du bist unsere Wohnung gewesen von Geschlecht zu Geschlecht. Das heißt, ohne Unterbrechung, ohne Auszeit von Geschlecht zu Geschlecht zu Geschlecht zu Geschlecht. Du warst immer da. Du hast deine Treue immer bewiesen. Du hast uns immer einen Schutzraum geboten, in dem wir die Gezeiten unseres Lebens bewältigen durften, trotz der Todesschatten. Du bist unsere Ruhestätte. Das ist dieser Begriff Zuflucht. Du bist unsere Wohnung. Du bist unser Zuhause. Schon jetzt. Wenn der Jesus gesagt hat, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe geben. Matthäus 11, 28. Es ist eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Hebräer 4. Und so hat es Mose in seinem Segen, der ganz ähnlich lautet, dann auch den zwölf Stämmen zugesprochen. In 5. Mose 33, Vers 27. Da heißt es, 5. Mose 33, Vers 27, Zuflucht ist bei dem alten Gott und unter den ewigen Armen. Zuflucht ist bei dem alten Gott und unter den ewigen Armen. Das ist die Voraussetzung Gottes. Erhabene Überlegenheit über alles. Und das zeigt Mose zunächst, das ist sehr interessant, an dem Gegenüber Gottes zu seiner Schöpfung. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurde. Und sie merken, es wird immer größer. Die Berge und die ganze Erde und die ganze Welt. Der Radius erweitert sich. Schon die Berge mit ihren geologischen Schichtungen sind ja ein Ausdruck von Dauer, von Erhabenheit, von Unerschütterlichkeit. Und sie alle mögen so alt sein, wie auch immer, sie mögen so ehren sein, sie alle wurden. Erde und Erdkreis, wörtlich steht hier, wurden geschaffen, lagen in Wehen. Das heißt, sie durchliefen einen Prozess, bis sie zustande kamen. Und im Gegensatz dazu ist Gott von Ewigkeit her. Es gibt keine Zeit, in der er nicht war. Und darum wird Gott auch dann noch bleiben, wenn Berge und Welt einmal nicht da sein sollten. Und folglich ist bei ihm allein ewige Ruhe und Sicherheit. 5. Mose 32, 4. Er ist ein Fels. Treu ist Gott. Ewigkeit ist ein Kennzeichen. Und wenn Sie sich daran erinnern, wie Gott sich dem Mose zum ersten Mal vorstellte, schon da hatte Gott diese Ewigkeit betont, als Mose fragte, wer bist du in diesem brennenden Dornbusch? Und Gott sagte, Eje, Asher, Eje, ich bin, der ich bin. Ich werde sein, der ich sein werde. Ich bin ewig. Das ist die Basis. Und von dieser gefestigten Basis aus, nun, wagt es Mose mit uns zusammen in die Niederungen der Gezeiten einzutauchen. Und da sehen wir als erstes das kurze Leben. Verse 3 bis 6, das kurze Leben. Die Menschen lässt es sterben und sprichst, kommt wieder Menschen, Kinder, denn tausend Jahre sind vor dir, wie der Tag, der gestern vergangen ist und wie eine Nachtwache, wie eine Nachtwache, du lässtest sie dahin fahren, wie ein Strom, sie sind wie ein Schlaf, wie ein Gras, das am Morgen noch spross, das am Morgen blüht und sprost und es abends welkt und verdorrt. Am Anfang der ewige Fels und jetzt das kurze Leben. Wie kurz zeigt sich nicht erst im Gegenüber zu Gottes Ewigkeit, sondern es zeigt sich ja schon im Gegenüber zu den Schöpfungswerken. Sogar den Bergen gegenüber ist ja unsere Lebensspanne winzig klein. der Mensch wird in seinen leiblichen Anteilen zu Staub. Allerdings von Anfang an auf ein höheres Ziel angelegt, das haben wir gehört. Und auch das wird in Vers 3 schon deutlich. Der Tod führt eben nicht ins Ende, sondern wohin führt der Tod, der du die Menschen lässt sterben und sprichst, kommt wieder Menschen, Kinder. Der Tod führt zurück zum Schöpfer. Von wegen das alte Testament kenne kein ewiges Leben. Und der Schöpfer ist es auch, der diese Dynamik garantiert. Er verfügt sowohl über den Tod als auch über die Rückkehr seiner Menschenkinder zu ihm selbst. Gott tötet und Gott macht lebendig. Und keiner kann sich vor ihm davon stehlen. Das werden wir morgen auch noch sehen, wenn wir Psalm 139 miteinander studieren und sehen, vor diesem Gott kann man nicht flüchten. Auch wenn man an die äußersten Ende der Erde davonfliegen würde, du kannst vor ihm nicht flüchten. Was bedeutet das etwa für das Gesetz über die Beihilfe zum selbstgewählten Suizid? Das Problem wird ja nur verlagert. Menschenkinder steht hier, kommt wieder Menschenkinder, Söhne Adams und das beschreibt nochmal unsere ganze Zerbrechlichkeit. Und dann werden durch Jesus aus Menschenkindern Gotteskinder. Aber so sicher die Gezeiten des Menschen in Gottes Händen liegen, er ruft sie ins Dasein und ruft sie zu sich zurück, so wenig ändert dies und das ist der entscheidende Punkt in diesem Abschnitt, an der erschreckenden Kürze des irdischen Lebens. und darum geht es diesem Vers 4, der so oft missdeutet wurde, denn tausend Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist und wie eine Nachtwache. Das ist spannend, Gott sorgt für die Kürze des Lebens, für die Kürze des Lebens. Der ewige Gott sorgt für die Kürze unseres Lebens. Und das heißt, in Gottes Augen, in Gottes ewiger Perspektive und das will dieser Vers sagen, wären selbst tausend Jahre, was ja eine menschlich sehr lange Zeitspanne wäre, wären selbst tausend Jahre so kurz wie der gestrige Tag, ja sogar noch kürzer wie die Nachtwache und die Nachtwache im Alten Testament dauert vier Stunden. Verstehen Sie, tausend Jahre sind vor dir, wie der Tag, der gestern vergangen ist und wie eine Nachtwache, tausend Jahre von uns wären bei dir so kurz. Das heißt, unser Leben ist ganz, ganz kurz. 2. Petrus 3 Vers 8 zitiert er diese Stelle dann, um zu zeigen, dass Gott seinen Heilsplan in ewiger Perspektive gestaltet. Da zitiert Petrus ja genau diese Stelle, um zu zeigen, dass Gott sich nicht nach unserem Zeitgefühl richtet, wann er wiederkommt. Also im Hinblick auf die Wiederkunft scheint uns ja Gottes Zeitspanne zu lang zu sein. Und umgekehrt im Hinblick auf unser eigenes Leben scheint sie uns zu kurz. Also wir können Gottes Plan nicht mit unserem Zeitgefühl messen. Wenn aber Gott uns irdische Zeitangaben macht, wenn er sagt, ein Tag, eine Nachtwache, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Schöpfungstage, dann sind diese Zeitangaben auch als solche gemeint. Und deswegen wäre es töricht, diesen gegen die wörtliche Bedeutung des Schöpfungsberichtes auszuspielen. Hier geht es um Gottes Perspektive, 1000 Jahre für uns sehr lang, bei ihm wie ein Tag. Das Leben ist sehr kurz. Und überlegt mal, wenn selbst 1000 Jahre kurz sind, wie viel kürzer erscheint dann unser kleines 80-jähriges Menschenleben in Gottes Sicht? Kurz. Das soll hier betont werden. Und das ist kein Zufall. Das ist auch nicht irgendeinem innerweltlichen Zufallsprozess geschuldet, sondern es ist ja, es ist Gottes Absicht. Verstehen Sie, Gott sagt hier nicht, ja schau doch mal hin, 80 Jahre sind doch auch schon ganz gut. Nein, er sagt, es ist kurz. Es ist unerhört kurz. Gott ist es der, mit dem Menschen im Hinblick auf dessen Erdenzeit kurzen Prozess macht. Sie haben sich nicht verhört. Gott macht kurzen Prozess. Gott hat uns für die Ewigkeit gebaut, aber er macht kurzen Prozess mit uns auf dieser Erde. Und das unterstreichen dann nochmal die Bilder der Vergänglichkeit in den Versen 5 und 6. Wir sind wie ein Strom, also wie Fluten, die beim Sturm plötzlich dahin fahren. Wir sind in der Kürze unseres Lebens wie ein Schlaf, der über uns kommt und am Morgen wieder verfliegt. Wir sind in der Kürze unseres Lebens wie ein Gras, das am Morgen noch blüht, aber schnell wieder verdorrt. 1. Petrus 1, 24, alles Fleisch ist wie Gras. Und Vers 10 wird diesen Ton dann nochmals aufnehmen und sagen, es fähret schnell dahin, als flügen wir davon. Es zerrinnt uns zwischen den Fingern. Warum? Warum macht Gott unser Leben so kurz? Absichtlich? Die Antwort steht in Vers 7. Der tägliche Zorn, das sind die Verse 7 bis 10. Das macht dein Zorn, dass wir so vergehen und dein Grimm, dass wir so plötzlich dahin müssen, denn unsere Missetaten stellst du vor dich, unsere unerkannte Sünde ins Licht vor deinem Angesicht. Darum fahren alle unsere Tage dahin durch deinen Zorn. Wir verbringen unsere Jahre wie ein Seufzer. Unser Leben wäre 70 Jahre und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe, denn es fähret schnell dahin, als pflögen wir davon. Der tägliche Zorn, der tägliche Zorn, das Motto kommt vom Vers 9. In Vers 9 sagt Mose, alle unsere Tage sind flüchtig. Warum? Weil sie alle an den Folgen von Gottes Zorn leiden. Alle unsere Tage sind flüchtig. Die ganze Schöpfungsordnung wurde da hineingerissen. Kein Tag ist davon ausgenommen. Jeder Tag steht unter den Folgen des Sündenfalls und folglich unter den Auswirkungen von Gottes Zorn. Und mit dieser Grundthese beginnt Vers 7. Das macht ein Zorn, dass wir so vergehen. Das heißt auch, eigentlich ist es nicht natürlich, eigentlich ist es nicht natürlich, dass unser Leben so kurz ist. Deswegen ist nicht verwunderlich, dass wir uns dagegen sträuben und uns darüber wundern und uns daran stören. Gott hatte eine andere Bestimmung für uns vorgesehen. Benedikt Peters sagt, unsere Vergänglichkeit predigt laut, dass wir ein sündiges Geschlecht sind. Man könnte sagen, unsere krasse Vergänglichkeit, die Verse 3-6 gezeigt haben, unsere krasse Vergänglichkeit predigt unsere krasse Sündhaftigkeit. Sündhaftigkeit. der Tod, den Tod, den aufgrund seines Zornes verhängt hat, aufgrund seiner heiligen Gerechtigkeit, ist sein Urteil über unsere Sünde. Das sagt auch Vers 8 noch mal, unsere Missetaten stellst du vor dich, unsere unerkannte Sünde ins Licht vor deinem Antlitz. Das heißt, unser kurzes Leben ist ein göttlich demonstrativer Akt der Entlarvung unserer Sündhaftigkeit. So ist das gemeint. Und darum, Vers 9, weil Gottes heiliger Zorn die Sünde nicht ignorieren kann, wird es quasi noch mal wiederholt, darum ist unsere Erdenzeit zu kurz. Vers 9, darum fahren alle unsere Tage dahin, wie durch deinen Zorn. Also sie rutschen uns aus den Fingern. Wir bringen unsere Jahre zu wie einen Seufzer. Man kann auch übersetzen wie einen Gedanken. So kurz. kurzlebig. Und ja, man kann diesen Vers 9 am Ende auch übersetzen. Wir vertun unsere Jahre wie einen Seufzer. Wir strampeln uns ab. Wir rackern und placken und machen und es bleibt nichts. Der berühmte Hauptmann von Köpenick in dem Drama von Karl Zuckmeier macht das ja deutlich. In dieser ergreifenden Geschichte des Willem Vogt wie er dann gefragt wird ja was ist geworden aus deinem Leben und er schreibt was du in diesem Berlinerisch denn stehst du vor Gott dem Vater und der fragt dir ins Gesicht Willem Vogt was hast du gemacht mit deinem Leben und da muss ich sagen Fußmatte muss ich sagen die hab ich geflochten im Gefängnis und dann sind sie alle drumherum getrampelt muss ich sagen und zum Schluss hast du geröchelt und gewürcht um das bisschen Luft und dann war es aus das sagst du vor Gott Mensch aber der sagt zu dir je weg sagt er Ausweisung sagt er dafür hab ich dir das Leben nicht geschenkt sagt er das bist du mir schuldig dein Leben wo ist es was hast du gemacht was hast du gemacht mit deinem Leben Zuckmeyer hat das großartig erfasst was dieser Vers hier sagt wir bringen unser Leben zu wie ein Seufzer wie ein Geschwätz was bleibt und das ist tragisch dass wir so gewissermaßen dem was Gott eigentlich mit uns vorgesehen hatte dass wir das alles schuldig bleiben der tägliche Zorn und dann kommt dieser Vers 10 der auch so berühmt geworden ist und der das nochmal zuspitzt die Tage unserer Jahre sind 70 Jahre also von wegen 1000 70 wenn es hoch kommt 80 und ihr stolz ist mühsal und betrug also es bleibt im Grunde genommen nichts worauf wir so stolz sind er weiß sich am Ende auch noch als mühsal und trug denn es eilt vorüber und wir fliegen dahin aber diesen Zusammenhang muss man erstmal begreifen und das beschreiben dann die Verse 11 und 12 das langsame begreifen das kurze Leben der tägliche Zorn und jetzt das das langsame begreifen wer glaubt aber dass du so sehr zirnest und wer fürchtet sich vor dir in deinem Grimm lehre uns zählen unsere Tage auf dass wir klug werden man kann auch übersetzen lehre uns bedenken dass wir sterben müssen auf das wir klug werden das langsame begreifen ja wer will das schon einsehen sagt Vers 11 wer will das schon einsehen dass der Tod dass dieses kurze Leben die Schande des Menschen offen proklamiert wir haben schon genug damit zu tun uns gegen das sterben zu sträuben aber wer will das schon einsehen dass das unsere von Gott entlarvte Schande ist die daran deutlich wird natürlich ahnen wir dass das nicht normal ist mit dem Tod und mit dem Sterben wir sträuben uns dagegen wir können uns auch nicht damit arrangieren wir empfinden wenn wir an Sterbebetten und an Gräbern stehen auch das unnatürliche daran allen Selbstbetrugsversuchen zum Trotz dass Leute sagen ach das Sterben ist so ganz natürlich und das gehört doch zum Leben dazu ist es nicht natürlich und gehört nicht dazu Rainer Kunze einer der besonders wichtigen Dichter des 20. Jahrhunderts er war Dissident in der DDR vor ihm hat das ganze Regime gezittert und vor seinen Fersen ein genauer Beobachter und er hat dieses Gedicht anlässlich der in Besitznahme des neuen Hauses geschrieben das Haus nun vermietet an uns der Tod wir wissen nicht wann er uns kündigen wird und wem zuerst wir wissen nur alle Klagen sind abgewiesen verstehen sie er sagt endlich haben wir keinen Vermieter mehr endlich besitzen wir das Haus aber von jetzt an vermietet dann uns der Tod er ist der letzte Besitzer wir wissen nicht wann er uns kündigen wird und wem also von uns beiden also ihm oder seiner Frau zuerst wir wissen nur alle Klagen sind abgewiesen wir können uns nicht dagegen wehren und diese Traurigkeit diese Hoffnungslosigkeit zieht sich durch viele seiner Gedichte hindurch auch durch jene kurzen Versern seine Frau Bittgedanke dir zu Füßen heißen sie da sagt er und da geht es nochmal um das Haus stirb früher als ich stirb früher als ich um ein weniges früher damit nicht du den Weg zum Haus allein zurückgehen musst damit nicht du den Weg zum Haus allein zurückgehen musst ein Heide der diese Abgründigkeit des Todes ahnt der ihr in seiner Traurigkeit auch hilflos ausgeliefert ist und hier erfahren wir woher das kommt es ist Gottes Zorn über die Sünde des Menschen und diese Hilflosigkeit gegenüber dem Tod die aus Kunzes Versen heraus schreit geradezu auch wenn es stille Verse sind die bleibt so lange unser Schicksal sagt dieser Psalm bis wir erkennen dass unsere Todesverfallenheit etwas mit unserem Gottesverhältnis zu tun hat und es ist als würde Mose darum ringen und sagen ach wer glaubt aber dass du sehr zürnst und wer fürchtet sich vor dir in deinem Grimm als würde Mose sagen wollen wenn die Menschen es doch endlich einsehen würden dass du so sehr zürnst und dass daher ihr tot kommt und wenn sie sich dann endlich vor deinem Grimm fürchten würden dann könnte ihnen geholfen werden erst dann und darum geht es ihm darum dass der mensch erkennt in seiner Todesverfallenheit dass das die Folge seines ausgeliefert seins an Gottes Gericht ist und das will Mose hier deutlich machen und darum bittet Mose dass Gott uns doch das Verständnis für diesen Zugang und für diesen Zusammenhang öffnen möge das ist eine flehentliche Bitte an Gott lehre uns zählen unsere Tage man kann übersetzen lehre uns bedenken dass wir sterben müssen wir verstehen das nicht wir betrügen uns selbst wir verweigern diese Erkenntnis wir schleichen uns davon wir lügen uns in die eigene Tasche lehre uns zählen unsere Tage das heißt lehre uns begreifen wie wenig Tage wir haben das ist gemeint es sind man kann auch übersetzen etwas freier lass uns merken dass unsere Tage gezählt sind damit wir endlich klug werden und rechtzeitig die Gegenmaßnahmen einleiten damit die Klagen doch abgewiesen werden können damit wir dem Tod doch nicht hilflos ausgeliefert werden damit wir klug werden und was wahre Klugheit bedeutet worin das Praktizieren dieser Klugheit schließlich besteht das entfalten uns dann die letzten Verse ab Vers 13 und damit kommen wir zu der eiligen Bitte der ewige Fels das kurze Leben der tägliche Zorn das langsame begreifen und schließlich die eilige Bitte warum eilige Bitte wer seine Not erkennt den muss man nicht mehr zur eile treiben wer weiß dass er möglicherweise nicht mehr viel Zeit hat wer weiß dass die Stunde geschlagen hat der kommt in Bewegung und das sieht man auch an diesen Versen diese eile das heißt in Vers 13 her kehre dich doch endlich wieder zu uns und sei deinen Knechten gnädig und fülle uns früher mit deiner Gnade so wollen wir rühmen und fröhlich sein unser Leben lang und er du hast uns zu recht lange geplagt und wir haben zu recht lange Unglück gelitten aber bitte lass es doch jetzt jetzt anders werden und zeige deinen Knechten deine Werke und deine Herrlichkeit ihren Kindern und der Herr unser Gott sei uns freundlich und fördere das Werk unserer Hände bei uns ja das Werk unserer Hände wolltest du fördern also wer merkt dass ein Haus brennt der wird eifrigst und mit Feuereifer nach Rettung schreien und darum ist das erste wonach diese Klage schreit und wonach dieser klug gewordene lehre uns bedenken dass wir sterben müssen auf das wir klug werden schreit Gnade das ist das erste der schrei nach Gnade das sind die Verse 13 bis 14 her her kehre dich doch endlich wieder zu uns und sei deinen Knechten gnädig fülle uns frühe mit deiner Gnade weil wir das zu unserer Rettung dringender brauchen als alles andere ja uns bleibt damit das sterben in dieser Welt nicht erspart es sei denn Jesus kommt vorher schon wieder es bleibt uns damit das sterben nicht erspart auch wenn du uns mit deiner Gnade beschenkst aber wenn du uns deine Gnade beschenkst dann bekommen wir Anteil an deiner Ewigkeit dann bekommen wir Vergebung unserer Schuld wenn du uns Gnade schenkst dann werden wir den Tod und die Verlorenheit auf ewig überwinden dann kommen wir raus aus dieser Spirale dann hat er keine letzte Macht über uns aber es gibt nur einen Weg dorthin und das ist deine Gnade deine Vergebung dein Erbarmen und Herr danach schreien wir und die Folge dieser Gnade wird sein dass ich schon hier in dieser Todeswelt die Zeiten des Lebens im Schatten des Todes dass sich schon hier in dieser Todeswelt unser Leben grundlegend ändern wird schauen sie mal dieser helle Ton der plötzlich ab Vers 14 hervortritt fülle uns früher mit deiner Gnade so wollen wir rühmen und fröhlich sein unser Leben lang plötzlich ist die Freude wieder da plötzlich ist das da wozu wir wir haben es heute morgen gelernt bestimmt und berufen sind nämlich Gott die Sonne durch mit voller Kraft und deswegen sollte man besser sagen schrei nach Gnade schrei der Freude ist Vers 14 dann besser beschrieben schrei der Freude wir wollen fröhlich sein und rühmen unser Leben lang ja und dieser Schrei der Freude mündet dann in weiteres bitten um weitere Freude Vers 15 erfreue uns nun wieder nachdem du uns so lange zurecht geplagt hast Herr ja lass uns weiter mit deiner Freude gefüllt werden jetzt wissen wir dass echte Freude nur von dem Schöpfer des Lebens kommen kann und deswegen hören wir nicht auf zu beten um Freude aus seiner Gnade und aus seinem Heil und aus seiner Rettung und aus seiner Liebe und aus Gnade von Gott und Freude an Gott Schrei nach Gnade Schrei der Freude wird dann auch das Verlangen wachsen diesen Gott immer der Schrei nach Herrlichkeit zeige deinen Knechten deine Werke und deine Herrlichkeit ihren Kindern das sollen auch unsere Nachkommen erkennen und begreifen wissen sie je mehr wir von Gottes Werken erkennen umso besser werden wir auch die Herrlichkeit seines Wesens verstehen denken sie an Johannes 11 als der Jesus auf dem Friedhof von Bethanien seine Macht über den Tod beweist und den Lazarus der schon gestunken hat aus dem Grab wieder herausholt und da schreibt Johannes im Rückblick darüber und sagt wir sahen seine Herrlichkeit wir sahen seine Herrlichkeit wir sehen die Herrlichkeit seines Wesens an der Herrlichkeit seiner Werke und wenn ich diese Gnade von Gott geschenkt bekommen habe und aus seiner Freude lebe bei allen Tränen die immer noch fließen dann wächst auch dieses Verlangen ihn immer besser in seiner Größe und Herrlichkeit um ihn zu loben in alle Ewigkeit und dann hat das ja der Jesus selbst auch von seinem Vater gebeten im hohpriesterlichen Gebet in Kapitel 17 Johannes 17 Vers 24 wo Jesus ausdrücklich darum bittet und da sind wir mit eingeschlossen sofern wir zu Jesus gehören dass er sagt Vater Johannes 17 Vers 24 Vater ich hast also alle die an ihn glauben die Jesus nachfolgen auf dass sie meine Herrlichkeit sehen dass wir sehen wie groß und wunderbar und herrlich und allmächtig und voll göttlicher der Souveränität und Gnade unser Jesus Christus ist schrei nach Gnade schrei der Freude schrei nach Herrlichkeit und dann steht hier zum Schluss der schrei nach Zuwendung Gottes man könnte auch sagen nach Freundlichkeit und der Herr unser Gott sei uns freundlich und fördere das Werk unserer Hände bei uns ja das Werk unserer Hände wolltest du fördern ja dass wir in dieser Welt die vom Tod gezeichnet ist wo unser Leben kurz ist unser Leben ist in Gottes Perspektive extrem kurz und das ist Absicht das ist kein Zufall wir haben gesehen warum es so ist dass wir doch in dieser vom Tod gezeichneten Welt Tag für Tag Geborgenheit finden das meint diese Freundlichkeit eine Werke zeige und deine Herrlichkeit ihren Kindern und sei uns freundlich lass uns geborgen sein bei dir lass uns gewiss sein deines väterlichen Wohlwollens und deiner Vergebung und dann wollen wir dir auch gerne von Herzen dienen das ist der Schluss hier am Ende dieses Psalms über den Tod und die Vergänglichkeit steht der Aufbruch zu neuem Dienst ist das nicht herrlich sei uns freundlich und fördere das Werk unserer Hände bei uns ja wir wollen fleißig sein Herr das Werk unserer Hände wolltest du fördern wird extra nochmal betont wir wollen dir dienen wir wollen treu sein wir wollen weitergehen von diesen Bibeltagen aus wir wollen unseren Herrn bezeugen wir wollen unseren leidenden verzweifelten nächsten dienen wir wollen die Gemeinde des Herrn zu seiner Ehre weiter unter seiner Führung und unter seiner Leitung bauen wir wollen uns auch zerreißen wenn es erforderlich ist wir wollen kämpfen wir wollen studieren wir wollen leiden wenn es notwendig ist um der Sache Jesu willen und wir wollen nicht aufgeben bis zu dem Tag an dem wir vor ihm stehen ja her fördere das Werk unserer Hände und lass uns eingebunden sein lass uns geborgen sein in deiner Freundlichkeit die ihren Grund in deiner Gnade hat und so wird dann in diesem neuen Leben das hier am Ende steht die Macht des Todes dauerhaft gebrochen sein weil Gottes heiliger Zorn ja der gerechter Weise das irdische Leben so schmerzlich verkürzt ein Zeugnis für Gottes Heiligkeit und unserer Sünde Abgründigkeit aber so wird doch diese grauenvolle Macht des Todes auf Dauer gebrochen und Gottes heiliger Zorn gestillt durch Gottes Gnade und darum konnte Mose gewissentlich leichten Herzens aber er konnte getrost abtreten weil er Zuflucht gefunden hatte in dem ewigen Gott Herr du bist unsere Wohnung du bist unsere Zuflucht für und für ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurde bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit und wir leben von deiner Gnade und wir hoffen auf deine Freundlichkeit und wir wollen dir dienen und deswegen war Mose getrost weil er wusste der Herr der Ewigkeit ja diese flüchtige Zeit und auch für Mose war sie kurz auch wenn er ein bisschen älter geworden ist als wir diese flüchtige Zeit die konnte mich verletzen aber sie konnte mich nicht zerstören das irdische Land der Verheißung hat Mose der Mann Gottes nur von Ferne gesehen und ich bin sicher wie gern hätte Mose das gelobte Land selber noch mit eingenommen nach dieser langen Wüstenwanderung immer dem großen Ziel entgegen wie gern hätte er es bestimmt noch mit eingenommen aber es war für ihn mehr als Trost zu wissen in dem ewigen Land der Verheißung da werde auch ich einmal dabei sein auf das Ende kommt es an das ist die wichtigste das ist die größte Gewissheit die ein Mensch in diesem flüchtigen Leben das flüchtig bleiben wird bis wir am Ziel sind die größte Gewissheit die ein Mensch in diesem flüchtigen Leben braucht und zwar in jedem Alter so wie jener 18-jährige Abiturient von dem der Journalist Peter Hahn am Schluss seines Buches wir haben Hoffnung berichtet ich habe das vor einiger Zeit in einer Predigt schon einmal zitiert und möchte damit hier schließen Eben eben noch konnte er Bäume ausreißen jetzt liegt er bleich in den Kissen 18 Jahre alt das Abitur ist zum Greifen nahe Medizin will er studieren um dann als Missionsarzt in die dritte Welt zu gehen dieser Junge 18 Jahre wird zum Zeugnis für seine Eltern für seine Mitschüler und für seine Freunde auch wenn der Arzt ihm nur offen sagen kann dass seine Tage gezählt sind aber er weiß Jesus lässt ihn in Ewigkeit nicht fallen auf seine Liebe kann er zählen seiner Vergebung und seiner Auferstehung ist der gewiss da stirbt einer schreibt Tane der das Leben längst noch nicht satt hat der noch so gern gelebt hätte und dennoch stirbt er lebenssatt wie nur einer sterben kann der sich des ewigen Lebens gewiss ist oft liest er in diesen letzten Tagen den letzten Brief des Widerstandskämpfers Helmut James Graf von Moltke den Moltke kurz vor seiner Hinrichtung am 23. Januar 1945 in Plötzensee an seine junge Frau geschrieben hat wo Moltke sagt mein Leben ist vollendet und ich kann von mir sagen er starb alt und lebenssatt das ändert nichts daran dass ich gerne noch etwas leben möchte aber dann bedürft es eines neuen Auftrags Gottes der Auftrag für den mich Gott gemacht hat ist erfüllt das schreibt ein 38 jähriger angesichts des Henkers und davon schöpft ein 18 jähriger Kraft für seine letzten Stunden dankbar blickt er zurück und voller Hoffnung in die Zukunft weil er weiß diese Zukunft kann mir keiner rauben er weint vor Schmerz natürlich aber er lebt von der Gewissheit die nur Gott schenken kann der allmächtige Vater im Himmel Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen am nächsten Morgen betritt die Mutter das Zimmer sie öffnet die Vorhänge und sieht ihr Junge ist tot in der Nacht gestorben und in seinen Händen findet sie einen Zettel mit Bleistift hat er ein paar Worte drauf gekritzelt fast unleserlich aber herzbewegend es 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 sind es sind die Worte des dänischen Philosophen Sören Kierkega die er auf seinen Grabstein schreiben ließ aus einem alten dänischen Kirchenlied noch eine kurze Zeit dann ist es gewonnen dann ist der ganze Streit in nichts zerronnen dann will ich laben mich an Lebensbächen und ewig ewiglich mit Jesus sprechen und Hane sagt so geht ein 18 jähriger Abiturient in den Tod das ist keine Sentimentalität das ist keine Flucht ins Jenseits sondern das ist die tiefe Gewissheit eines jungen Mannes der weiß ich habe Zukunft mein Leben mein Lebensschiff kommt sicher im Hafen an weil es Jesus Christus gehört Herr du bist unsere Zuflucht für und für ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurde bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit allmächtiger Gott und Vater dafür beten wir dich an dass du der Ewige bist der Herr aller Herren und dass du uns in unserem hilflosen Ringen mit der Vergänglichkeit und Flüchtigkeit dieses Lebens siehst und dass du zu uns gekommen bist aus der Ewigkeit durch deinen geliebten Sohn Jesus Christus und Herr Jesus dass du deine wunderbare Macht über den Tod dass du deine Herrlichkeit hier immer wieder unter Beweis gestellt hast und hast du du hast dass mehr noch dass wir durch dein Wort zu dir selbst geführt werden du bist die Quelle des Lebens. Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und du bist unsere Rettung und unsere Freude und unsere Hoffnung und unsere Gewissheit. Und Herr Jesus Christus, wir bitten dich darum, dass noch viele unserer Zeitgenossen dich finden, dass sie erkennen, dass das größte Problem unseres Lebens nur durch dich überwunden werden kann. Wir bitten dich für die Menschen in unserem Umfeld, die dich nicht kennen, Herr, die nicht verstehen, warum ihr unser aller Leben so kurz ist. Wir bitten dich für diejenigen, die daran verzweifeln. Wir bitten dich für diejenigen, die es oberflächlich verdrängen. Wir bitten dich auch für Rainer Kunze, der so verzweifelt dieses Phänomen beschreibt und doch keine Antwort weiß. Ach, Herr, du bist die Antwort. Und bitte gebrauche uns, dass noch viele diese Antwort hören. Und dann öffne ihre Herzen, dass sie sich vor dir beugen und auch dann dich anbeten als den ewigen Herrn und Gott. Amen.